Der Stadtteil Roter Berg in Erfurt besteht aus vielen Plattenbaugebieten. Die Familien hier haben wirklich viele große Herausforderungen. Die Kinder haben wirklich keine große soziale und kulturelle Teilhabe. Also denen ist das einfach verwehrt. Ganz oft ist mindestens ein Elternteil in Langzeitarbeitslosigkeit. Seit etwa einem Jahr leide ich unter Depressionen. Seitdem kann ich auch nicht arbeiten gehen und seitdem bin ich auch zu Hause. Ich habe drei tolle, wunderbare Kinder und die stehen auch hinter mir. Die wissen auch, dass Papa nicht gut geht. Wir kommen ins Familienzentrum, weil wir hier Hilfe bekommen. Die Leute sind für uns da. Man kann jederzeit seine Probleme hier schildern. Es ist wie die zweite Familie hier. Ich habe gehört, Mathe war diese Woche nicht so gut bei dir. Dann muss man wahrscheinlich mal was machen. Ich habe was dabei. Der Bedarf nach Familienangeboten wächst wirklich von Jahr zu Jahr. Und deswegen sind wir der Deutschen Fernsehlotterie sehr dankbar, dass sie uns den neuen Anbau ermöglicht. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Umgeben von atemberaubender Natur einen entspannten und sicheren Wellnessurlaub im Miraner Land in Südtirol genießen. Eine Reise in das 4-Sterne-Superior Schenner Resort gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 0284978. Einen Mini Cooper Clubman gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 5011161. Entdecken Sie die neue Indoor-Wasserwelt vor den Touren von Deutschlands größtem Freizeitpark. Ein Wochenende in beiden Parks, welche bald wieder für Sie eröffnen werden. Inklusive Übernachtung, Verpflegung und Parkeintritt für die ganze Familie gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3371570. Einen BMW 118i gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 8841491. Und 100.000 Euro gewinnt das Losnummer mit den Endziffern 148088. Und um kurz vor 8 geht's weiter. K Untertitelung des ZDF, 2020